Hallo ihr Lieben, das ist mein allererstes Weihnachtsvideo für 2017. Ich bin ganz aufgeregt. Christmas is finally here und ihr wisst alle, was für ein riesiger Weihnachtsmensch ich bin. Und ich freue mich total, dass mein erstes Video sowas Besonderes ist und ihr könnt sogar was gewinnen. Und gar nicht mal so wenig. Dazu aber am Ende des Videos mehr. Ich habe dieses Jahr nämlich nicht nur die Ehre, bei der Play for Peace Kampagne von The Body Shop dabei zu sein. Nein, ich darf sie sogar in diesem Video eröffnen. Das freut mich total. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, weil nach mir folgen noch sechs weitere YouTuber, die dabei sind und sich kleinen Challenges stellen. Und dazu möchte ich euch ganz kurz die Play for Peace Kampagne einmal vorstellen. Was ist das Ganze nämlich? Ihr kennt Body Shop sicherlich und ihr wisst auch, dass sie sich enorm auf fairen Handel konzentrieren. Denn dass sie 100% tierversuchsfrei sind und 100% vegetarisch, viele Produkte auch vegan. Und ich habe ja eine ganz besondere Verbindung zu The Body Shop, weil ich schon jahrzehntelang diesen Lip Balsam benutze und die Produkte auch wirklich gut finde. Das wisst ihr aber, wenn ihr meine Videos guckt. Und passender für mich könnte das Motto der Play for Peace Kampagne nicht sein. Es geht nämlich darum, dass man auch im Alter bzw. im Erwachsenensein das Spielen nicht verlernen soll. Und gerade die Weihnachtszeit ist ja eine Zeit, in der man mit der Familie gemeinsam zusammen sein soll, die Zeit genießen und vielleicht auch das eine oder andere kleine Spiel spielt, um die Stimmung zu heben. Ihr erinnert euch mir schon alle an das Kindsein, wo man enorm lange warten musste bis Weihnachten. Und da überbrückt ja auch das Spielen so ein bisschen die Wartezeit. Passend zu diesem Thema hat nämlich Henry Holland von House of Holland, das ist ein englischer Designer, die Weihnachtsprodukte von The Body Shop designt. Und ihr seht auch im Hintergrund, wir haben alle so eine kleine Besonderheit. Man kann nämlich die Verpackungen upcyceln und da sind dann etwa kleine Challenges drin oder man kann sie eben als Spiel aufwerten. Das hat zum einen natürlich den Mehrwert für euch, dass die Verpackung irgendwie was Besonderes für euch ist, aber viel wichtiger. Mit jedem Kauf eines dieser Geschenkesets in der Weihnachtszeit bei The Body Shop wird das Projekt Play for Peace unterstützt. Und das bedeutet, dass Flüchtlingskindern in Syrien ein geschützter Ort geboten wird, wo sie nochmal Kind sein können und ganz in Frieden spielen können. Und es berührt mich wirklich sehr, wie man gerade sieht. Wenn ihr also mehr von der Kampagne erfahren wollt, ich verlinke euch das alles in der Infobox. Und das Tolle an der Kampagne ist halt, dass auch ihr profitiert. Ihr könnt nämlich eben heute auf meinem Kanal etwas gewinnen, aber im Nachgang an die ganze Challenge, am Nikolaustag dann, auch etwas auf dem The Body Shop Kanal. Und dieses etwas ist größer als ich. Das hier ist ein riesengroßer Nikolausschuh. Und wenn ich riesengroß sage, dann meine ich das auch. Und alle Produkte der Challenges von den Influencern, die an der Kampagne teilhaben, landen in dem Sack. Und den könnt ihr dann gewinnen. Okay, kommen wir zu meiner Challenge. Liebe Nadine, erschnuppere drei von sechs unserer tollen Body Butter am Duft. Challenge accepted. Ich glaube, jeder, der den Kanal kennt, weiß, wie sehr ich Düfte liebe. Und vor allen Dingen auch Kerzen und Body Butter und gerade auch hier The Body Shop Body Butters. Hier ist ein buntes Potpourri aus der Weihnachts-Kollektion und ein paar Staples. Und die Stimme aus dem Obf... Wird jetzt mit mir die Challenge durchführen. Okay, ganz, ganz so... Bist du bescheuert? Nicht nur die Augen, nicht den Mund. Du musst doch reden können. Ich dachte, ich könnte dir was für Ruhe sagen. Mein Ziel ist ja nicht drei von sechs, sondern sechs von sechs. Dann fangen wir an mit der ersten. Da musst du mich auch unter die Nase halten. Näher? Es war so knapp. Ich wusste, dass du das machst. Oh, das ist schwierig. Oh, das ist wirklich... Es ist auf jeden Fall nichts Süßes. Es ist was Fruchtiges. Nochmal, bitte. Du hast dich direkt an deiner Nase dran. Klar. Okay. Also, es ist was Fruchtiges. Aber er hat auch einen kleinen, säuerlichen Touch. Okay. Ich würde raten, es ist Frosted Plum. Wuhu! Eins von sechs. Das war witzig. Ich habe Angst. Mandel? Es ist auf jeden Fall Mandel-Honig. Und nee, nee, nee. Du hast nichts gesagt. Komm, mach mal zurück. Das ist richtig. Ah, ja, also sag doch. Ich muss jetzt erst mal gucken, was hier überhaupt drauf abgebildet ist. Das steht auch drauf. Das ist nicht nur abgebildet. Also, ich habe schon zwei von sechs. Das macht voll Spaß. Ich schaue da deinen Nase. Warte. Okay. Ich schaue da deinen Nase. Warte. Okay. Ja. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh. Ich liebe es. Es muss etwas mit Pumpkin sein. Das ist bestimmt mal ein lastweiß Pumpkin. Warte. Ja, ohne Zweifel. Uh. Hiermit wäre eigentlich die Challenge beendet. Aber ich habe mir meine eigene Challenge gesetzt. Also, weitermachen. Ich möchte tot. Ich könnte bei Wetten, dass mit sowas mitmachen. Wenn es Wetten, dass noch gäbe. Du hast aber auch Spaß gemacht, oder? Ja. Okay. Oh. Das ganz einfach ist Vanilla Chai. So, korrekt. Pampam. Pampam. Jetzt gibt es noch zwei Buddy Butters. Also, Ausschlussprinzip. Frosted Berries. Ganz süß. Ja, korrekt. Pampam. Vielen Dank, liebe Stimme aus dem Off. Du kannst dich noch verabschieden. Wiedersehen. Das hast du sehr gut gemacht. Daumen hoch für die Stimme aus dem Off. Tja, Body Shop. Ich glaube, das war eine sehr gute Challenge für mich. Weil ich einfach eure Buddy Butters und Gerüche liebe und sie deswegen auch kenne. Übrigens ist in ausgewählten Stores in der Weihnachtszeit auch möglich, dass ihr diese Etiketten personalisieren könnt. Also, selbst gestalten und dann drucken. Was eigentlich auch eine total niedliche Idee ist für Weihnachten als Geschenk. Nochmal zu den Body Butters. Was hatten wir denn dabei? Wir hatten aus dem Standard-Sortiment die Shea Butter dabei. Die kenne ich und die habe ich mir auch schon mal selbst nachgekauft. Dann hatten wir Almond Milk and Honey dabei. Die ist sehr reichhaltig und die ist ganz, ganz toll für sensible und empfindliche Haut. Und jetzt kommen die Weihnachtsprodukte, die ich alle riesig toll finde. Tada! Ja, dieses Jahr gibt es, jetzt hätte ich schon fast Geschmacksrichtung gesagt, aber es ist die Geruchsrichtung Frosted Plum. Wie ihr eben mitbekommen habt, es ist süß, säuerlich, fruchtig. Ein sehr angenehmer, nicht so schwerer weihnachtlicher Duft. Frosted Berries ist in meinen Augen so ein typischer Weihnachtsduft. Also wirklich sehr, sehr fruchtig, aber eine andere Art von fruchtig, als man das von Apfelzimt kennt. Also finde ich wirklich auch sehr lecker, aber meine Favoriten sind einfach Vanilla Chai. Oh, es ist so würzig, vanillig. Es ist so ein richtiger umhüllender, leckerer Duft. Und Entschuldigung, Vanilla Pumpkin ist doch wohl für mich gemacht. Deswegen habe ich mich auch heute passend angezogen, weil ich die Verpackung so cool finde. Und naja, Vanilla Chai, Frosted Berry und Frosted Plum gibt es eben auch in diesen Geschenkesets. Da gibt es dann Peeling, Body Butter, Duschgel als kleine Geschenkesets. Und die hatte ich schon letztes Jahr und die habe ich auch letztes Jahr verlost. Und jetzt werden sie auch hier verlost. Alle Produkte, die von mir erschnuppert worden sind, gewinnen. Wie könnt ihr das anstellen? Das ist ganz einfach. Sein Abonnent von meinem YouTube-Kanal und Follower bei Instagram. Und hinterlasst mir bitte hier ein Kommentar, was für euch im Erwachsenenalter Kind sein bedeutet. So, und jetzt nominiere ich Ida Vendetta zur nächsten Challenge am morgigen Tag. Also verfolgt auch die einzelnen Challenges der Influencer, die jetzt nach mir kommen. Denn am Ende gibt es halt diese riesengroße Socke zu gewinnen. Was euch morgen erwartet, hm, ich verrate noch nicht so viel, aber Ida Vendetta wird auf jeden Fall unter erschwerten Bedingungen versuchen, sich zu schminken. So, und jetzt packe ich meine ganzen erschnupperten Produkte hier in diese riesige Socke. Wünsche euch viel Erfolg bei meinem Gewinnspiel. Viel Spaß bei den weiteren Challenges der anderen Mädels. Und viel Erfolg am Ende, um diese Socke zu gewinnen. In diesem Sinne, denkt dran, ihr könnt dieses Jahr auf jeden Fall auch etwas Gutes tun, wenn ihr Geschenke für Freunde und Familie kauft. In diesem Sinne, danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Tschüss.